Ein Derby hat eigene Gesetze. Diese Woche SC Wiener Viktoria gegen SV Wienerberg. Diesen Samstag, 18 Uhr am Viktoriaplatz. Kommt und unterstützt uns. Derbytime am Wiener Viktoriaplatz kommenden Samstag. Schwere Partie gegen Wienerberg. Aber ich glaube, so ein Derby motiviert eigentlich immer besonders hoch. Also ich muss sagen, erstens glaube ich, wenn die Emotionen sehr, sehr hoch sind. Nach den Vorfällen, die es im Mai, April, Mai gewesen ist, wird diesmal der Wiener Viktoria Kunstrasen brennen. Die Emotionen werden sehr, sehr hoch sein. Es steht sehr viel am Spiel, weil immer so ein Nachbar-Derby an Interesse wecken tut. Wir hoffen natürlich an sehr viele Zuschauer. Dabei haben uns die Zuschauer eigentlich mehr vergrämt, wie zu uns wieder retour geholt. Aber wir sind guten Dinge. Die verletzten Spieler sind wieder fast alle an Bord. Und schauen wir, was am Samstag dann rauskommt. Offensiv ist die Wienerberg eine sehr, sehr starke Mannschaft. Wir wissen aber auch die Schwächen von Wienerberg. Wir werden sie genau unter die Lupe nehmen noch einmal. Ich habe sehr gute Informationen. Ich habe es ja selber zweimal schon gesehen. Im Mittelfeld müssen wir mehr Laufbereitschaft zeigen. Und vorne halt die Kaltschneitze gesehen. Dann werden wir hoffentlich positiv anschneiden. Ja, es ist wie immer ein besonderes Spiel gegen den Bezirksnachbarn. Die letzten Derbys waren jetzt nicht alle so erfreulich. Aber es ist jetzt an der Zeit, nach der letzten Niederlage jetzt wieder die Serie von davor fortzuführen. Und gegen den Bezirksnachbarn aus dem nicht so schönen 10. Bezirk, so wie der 12. ist, da ein gutes Ergebnis einzufangen. Das eine Spiel jetzt, auswärts gegen Technopol, war nicht so erfolgreich. Aber die davor, da haben wir wieder schon ein bisschen gezeigt, was wir können. Und darauf müssen wir jetzt endlich wieder anschließen, um die letzten Partien bis zum Ende der Herbstsaison positiv zu absolvieren. Ja. 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 Vielen Dank.